Prozent kommt die Demo dass ich da zurück zu der Pipe muss, was labert er? ja sicher Jörg es wird verliebt und verkündet zum einfachen Sprung mich schon all das schafft ich das nicht das ist uns wasser Waffe du von mir für dich ich denke ich habe weil der Kumpel da noch ein Alter mit sich ist eingeschlafen ich kann nicht mehr laufen denn die Möse eingeschlafen ich habe mir zu komisch das ist auch schon da er hat Schenskelett ja sicherlich ist noch Kisten mit Leute sich da hochkommen ich sehe doch was so jetzt bin ich immer wieder in dem Haus das sind warum das nicht ist und ich will es drinnen mein Gott ich bin EIN-Gesetz Was machst du das, Mischa? Ne Küste! Ist es drin, MeinCard Ja, endlich! Ich habe ihn auch mal geschafft! Jawoll Oh, der war aber sehr knapp! Ähm, bist du mein Vollidiot! Der Haupt-Nem-Wasserfall war nicht getan! Ja, sich, Alter! Geh' noch mal nachgucken! Ah! Wie viel war da drin? Zwei vollen Ja, sicher! Loll, das ist ein Zombie! Ach, bei dir hab ich das bei mir! Wie viel hast du jetzt? Äh, keine Ahnung, ich bin mal nachzuhören Warte, ich habe... 19 Hey, Loll, wo bist du hin? Bist du da außen rum, da, ne? Mhm, hier! Was ist für eine fette Burg, Alter? Da will ich auch hin! Hier, ich habe das MeinCard, Junge! Hä? Hä? Was, hä? Hä? Da bist du! Ja! Lol! Ich will auch noch das nicht machen! Jetzt! Äh... 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 Ach so, da muss man aussteigen! Nicht im Ernst! Doch! Äh... 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 Ich hätte mir nicht gedacht, du! Checkpoint, jawoll! Ja! Oh, ein Gold-Engert! Was ist das? Oh Gott, was ist das? Lol, ja sicher! Ja sicherlich! Oh, verdammt! Ich seh nix! Ja, der rennt von mir weg! Äh, äh... Ich hätte genau weg von mir! Ah, der geht es spät! Ah, ich seh nix! Ja, geh halt weg! Wenn ich vor dir da rum spring! Äh, im Raum muss alles Fenster! Das ist Wasser! Ah, es ist ein Checkpoint, wie kann man aktivieren? Ah, hier! Ja, hä? Ah, da ist eine Spinne! Hä, will ich mich fassen, dass ich... Sag mal komm ich nicht mehr um die Ecke! Nein! Wenn du Minecraft spielst! Nein! Wo ist die Kackspinne? Oben! Da ist sie! Seh ihr in den Kopf! Hinter dir! Ich hab kein Schwert! Ich hab kein Schwert! Ja, der Locker hat zu mir eine Vollidiot! Komm, ich gib ihr, ich gib ihr! Jetzt ist er weg! Hallo Spini! lol. lol 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 lol. Danke. LOL. Jetzt hab ich's Jump gekriegt. Ach lol. Nein! Verkackt. Auch da, wo du verkackt hast, glaube ich. Ja. Wo? Wo warst du verkackt? über den Leitern mit Städte aber ich will damit es ist schnell durchraschen Schicht man sich nicht ja sicher er hätte es dann sei als einfach weiterlaufen so auf Prozent ich wollte gerade schon sagen so und jetzt es gibt sie nicht ein Ecken schrücken effektiv ja guck dir mich mein Gott an den Kurschen Euro um nur durch die Druckblatt da weil der ich hasse jetzt ich hasse solche Sprünge was für welche solche um die Ecke wo du eigentlichen dann weg springen musste Loll Jonas ruft an Loll alle jahre als ich gar nicht die Tau die ganz klar sie will ich auch abwesendlich beschäftigt denn ich habe trotzdem anrufen ich glaube es ist es nicht ein Worte muss jonas schreiben jonas Prozent Prozent und Professionen verdammt warum denn und nicht mehr zu können zu schreiben ist unprofessionell ach komm ich hatte Punkt das ist es nicht nur nur ein Jahr und ist nicht Junge jahr hat er in die dritte was schreibt jonas ok ja so jetzt schaffe ich und jetzt was sage ich nun m die machte jeden Sprung einzeln so jetzt kommt er und Sprung den ich überhaupt nicht mag die erst bei den Baum geschlagen der arme Baum ja klar springt dann weil ich glaube dahinten ist Ziel ja bitte denn ich glaube echtes Ziel aber wie, hä, wie geht's mit dem Ziel? ja bitte Joli, du musst mir helfen warum? bei dem Ein-Kack-Sprung da ja, okay, also ich bin jetzt hier oben aber ich weiß nicht, wo's weitergeht okay, alles klar dann tippe mich mal hoch dann kann ich dir sagen tippe mich mal bitte zur Leiter hin weißt du, weißt du, was ich mache? ich drücke weh, shift und springt gleichzeitig die machen und die Tee hoch wenn es auch geht ich drücke weh ne, nicht springen, ne, 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 lauf erstmal bis ganz zum Rand so, und jetzt guckst du aber nicht grad drauf, sondern jetzt guckst du in Richtung, in Richtung zu mir zu mir gucken und jetzt springen und dann wieder, und dann wieder zum Baum drehen oh, wie macht's denn da? der, der ist extrem schwer, da musst du so ganz schnell in Halbkreis fliegen fast shift natürlich loslassen ganz schnell musst du, musst du da sein äh, gut, gut, gut ja perfekte es ist da da, hören, so, dass du bist nicht rum, oder? da, die gleiche Taktik wieder von mir, also, aber Schiff loslassen und, 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 und weil die, und weh loslassen, wenn's geht ja, hab ich auch gedacht ha nein oh Gott, ich hab' noch mal bis jetzt oh einfach blutsch wieder, ja, ja oh, da schlägt mir, ja ja, ich sech' ich nix ich sech' ich nix ich sech' ich nix, hab' ich, riecht ich ab' ich bin ich 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 Vielen Dank.